Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es wieder um DCK und zwar um die KDJF22 Säbelsäge. Ich habe euch ja schon andere Tools hier auf dem Kanal von DCK vorgestellt. Das ist eine neue Premium Marke und es geht sofort nach dem Intro damit los. Ja wie eingangs schon erwähnt, DCK als neue Premium Marke am Markt haben unwahrscheinlich viele Werkzeuge gleich auf den Markt geschmissen. Ich werde euch hier nach und nach alle hier vorstellen. Ihr findet fertige Videos auch schon unten verlinkt. Dort könnt ihr euch dann die anderen Videos dazu auch nochmal aufrufen. Wir befinden uns im 20 Volt System aka 18 Volt System. 20 Volt gibt man ja meistens nur deswegen an, weil eben dann die Spitzen im 20 Volt Bereich liegen. Ein Akku und ein Schnellladegerät ist hier gleich mit enthalten. Ein großer Akku sogar. Akkus könnt ihr natürlich auch einzeln kaufen. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Auch das Gerät. Vom Preis her kann man so sagen, das liegt immer so zwischen 100, 150 Euro. Je nachdem wie der Hersteller das gerade so einsortiert hat bzw. welche Aktionen sind, achtet immer so ein bisschen drauf. Manchmal ist irgendwie noch ein kleines Kästchen mit dabei und ich werde vom Hersteller sicherlich auch noch den ein oder anderen Rabattcode bekommen. Den findet ihr dann natürlich auch unten und dann wird es auf jeden Fall noch mal etwas günstiger. Die Säge leistet 0 bis 3000 Umdrehungen pro Minute bzw. Säbelhübe muss man dazu sagen. Wir haben ein 4 Ah Akku mit dabei und ein 2 Ah Ladegerät. Das Ganze ist für Holz, Metall und so weiter geeignet. Sägeblätter sind natürlich auch mit dabei. Grundsätzlich werden wir die natürlich auch gleich mal ausprobieren. Aber erstmal packen wir die aus. Aber bevor wir das machen, schaut euch nochmal hier die Verpackung an. Das finde ich nämlich super, dass die hier nicht so irgendwie noch in Hochglanz sind und die Umwelt noch mal extra belassen. Irgendwie das reicht ja so auch vollkommen aus. Und ihr werdet sehen, wenn ich das Ganze jetzt hier einmal öffne, da ist noch eine Tasche mit dabei. Das heißt, den Pappkarton, den gibt er dann einfach zum Altpapier und dann nutzt er diese Taschen hier, die wirklich sehr hochwertig auch gearbeitet sind. Schaut euch das mal an. Da passt also einiges rein aus und könnt auch noch einiges reinpacken. Und das sind jetzt keine 0815 Taschen, sage ich mal. Die sind also wirklich hier auch mit Besatz noch mit drauf. Und der Reißverschluss ist vernünftig. Also das ist wirklich eine vernünftige Werkzeugtasche, die hier bei allen Geräten übrigens einzeln nochmal mit dabei ist. Dann haben wir hier einmal die Säbel-Sägeblätter. Wie gesagt, Metall ist hier mit dabei und Holz ist mit dabei. Feine Sägeblätter sind mit dabei. Und die aus Metall, die sind natürlich auch flexibel, sodass ihr zum Beispiel auch ein Rohr, ein Metallrohr, an der Wand damit direkt abtrennen könnt. Dann könnt ihr nämlich mit der Maschine so ein bisschen weiter weg sein von der Wand und ansonsten dann das Rohr direkt abtrennen. Ja, Ladegerät und Akku habe ich hier schon ausgepackt. So sieht das Ganze aus. Ladegerät könnt ihr leider nicht an die Wand bringen, sondern das ist einfach ein Standladegerät und das braucht ungefähr zwei Stunden, um den Akku hier wieder voll zu bekommen. Akku hatte ich ja im letzten Mal schon einmal vorgestellt. Die haben hier vorne einmal so, wie man das so kennt, eine vierstufige Anzeige, wie voll der Akku noch ist. Leider ohne Nachleuchtfunktion. Und dann haben wir hier die Säbel-Säge als solche. Schauen wir die mal raus. Übrigens alles mit Brushless-Motor, also einem Digitalmotor hier versehen, sodass das natürlich auch sehr, sehr langlebig ist, das Ganze. Hier steht das nochmal drauf. BL-Motor haben die das Ganze genannt. Hier haben wir eine Sperrfunktion mit dabei, sodass hier keine Kinder rangehen können oder zumindest das nicht so einfach ist, dann hier irgendwie was auszulösen. So ist es dann gesperrt. Wir haben einen gummierten Handgriff hier an sich. Hier vorne haben wir die Möglichkeit, noch den Winkel einzustellen. Je nachdem, wie wir am Ast oder an einem Brett oder sowas herunterschneiden möchten, können wir das Ganze hier nochmal justieren. Und ansonsten hier vorne für den zweiten Handgriff, so wie wir die Säge dann festhalten, auch nochmal eine Gummierung vorhanden. Und ansonsten einfach nur hier ein Gashebel, der sieht so aus. Und hier vorne auch bei der Aufnahme alles schön aus Metall und sehr, sehr leichtgängig. Das habe ich schon bei Markenherstellern deutlich schlechter gesehen, auf jeden Fall. Wenn ihr hier ein Säbelsägeblatt einstecken möchtet, dann macht er hier diesen Hebel einmal so zur Seite, dann öffnet sich das Ganze, dann führt er das Säbelsägeblatt ein, lasst das Ganze los und schon ist das Ganze arretiert und ihr könnt mit dieser Säge dann loslegen. So, und so sieht das Ganze dann fertig bestückt aus. Ich habe jetzt hier das Metallsägeblatt, was mit dabei ist, einmal mit drauf gesteckt und ihr könnt, hört mal, ganz fein dosieren, wie schnell der Schnitt hier sein soll. Und die Säge hat wirklich richtig Dampf dahinter. Also wirklich ein Gerät mit wirklich enormer Power. Wenn ihr euch die nach Hause bestellt, dann werdet ihr sehen, dass das wirklich so ist, dass ihr damit einige schneiden könnt. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. So, wir können hier erstmal hier so ein Plastikrohr ausprobieren. Das ist so ein Aufputzrohr, wo man Kabel drin verlegt. Und das geht nämlich auch wunderbar mit so einer Säbelsäge abzutrennen. Jetzt mache ich den Winkel hier mal etwas steiler. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier durchkommen. Und schaut mal, wie die hier durchgetaucht ist, wie durch Butter und der Schnitt hier wirklich sauber. Gut, wenn ihr jetzt langsamer sägt, dann habt ihr vielleicht ein paar weniger Grad. Aber so, jetzt geht er ein paar Mal mit dem Finger drüber. Und dann ist das Rohr auch sauber. Ja, dann gucken wir uns mal an, ob wir hier so ein Stahlrohr, so ein Vierkantrohr geschnitten kriegen damit. Also das ist nichts Leichtes. Das ist wirklich schon ein bisschen eine stärkere Geschichte. Ihr seht, in Windeseile wirklich so ein Vierkantrohr hier durchgebuttert, hätte ich etwas gesagt. Schaut euch das mal an. Also wirklich ein Stahlrohr, leicht gerostet schon. Und was ist das hier? 2 mm oder was wird das sicherlich haben. Wir können es ja mal ausmessen. So, schauen wir uns das mal an, was das hier hat. Ja, 1,5. 1,5 mm hat das. Aber wer da schon mal mit der Hand gesägt hat, der weiß sicherlich die Vorzüge einer solchen Säbelsäge dann zu würdigen. Probieren wir mal Holz aus. So, habt ihr gesehen, jetzt hier so einen Zentimeter dicken Ast. Weiß nicht, was der hat. Irgendwie 4-5 Zentimeter wird der haben. Das ging jetzt hier ganz hervorragend. Wir haben hier eine ganze einwandfreie Schnittstelle. Also da gibt es nichts dran zu bemäkeln. Und wenn man sieht, wie schnell das Ganze ging und dann wirklich auch über Kopf und sowas. Also ganz tolles Teil. So, jetzt habt ihr die Säge im Einsatz gesehen. Ich denke, das war schon eine ganz gewaltige Vorstellung. Was diese Säge hier bringt, ist aber auch erwartungsgemäß. Bei einem Digitalmotor kann man das einfach erwarten, dass da solche Kraftreserven, gerade auch im 18 bzw. 20 Volt System, dann zur Verfügung stehen. Ihr habt gesehen, wie wir Metall geschnitten haben, wie wir Plastik geschnitten haben. Wir haben frische Äste damit ausgedünnt und die Säge hat das alles überhaupt komplett kalt gelassen. Wir können jetzt mal den Akku angucken. Der hat jetzt hier maximal einen Strich verloren. Das soll nicht heißen, dass der jetzt irgendwie nur 10 Minuten arbeiten kann oder irgendetwas. Der war sicherlich auch nicht voll geladen. Ich habe den einfach out of the box jetzt soweit entnommen. Und grundsätzlich könnt ihr damit sicherlich schon einiges an Ästen und sowas im Garten dann ausdünnen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr mit so einer Säbelsäge daheim machen würdet. Ob diese Säbelsäge auch bei euch Erfolg hätte. Nach dem, was ihr jetzt gesehen habt. Kennt ihr vielleicht die Marke DCK schon. Das finde ich auf jeden Fall interessant. Schreibt also fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten gefallen hat. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin. Bis zum nächsten Mal.